Wie zu vermeiden und Höhenkrankheit tritt Die Behandlung von Höhenkrankheit Wenn Sie Symptome einer leichten Höhenkrankheit haben, sollten Sie nicht gehen alle Höhe für mindestens 24 bis 48 Stunden. Die meisten Fälle werden während dieser Zeit verbessern, aber es kann, wenn Sie helfen. Nicht reichlich Flüssigkeit, aber nicht mit Alkohol, nicht rauchen, Rest-Exercise-Drink, bis Sie sich besser fühlen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Leute sagen, Sie reisen mit, wie Sie sich fühlen, auch wenn Sie Ihre Symptome mild sind. Dies wird Ihnen von Anzeichen einer schweren Krankheit, wie irrationale Verhalten bewusst sein, mehr helfen, wenn Sie sie zu entwickeln. Absteigende auf einer niedrigeren Höhe Wenn Sie leichte Symptome der Höhenkrankheit haben, die im Laufe von 24 bis 48 Stunden verschwinden nicht, Das Beste, was zu tun ist, um mindestens 500 m, etwa 1600 Fuß, absteigen. Nicht wieder zu klettern versuchen, bis die Symptome vollständig verschwunden sind. Nach zwei bis drei Tagen hat sich Ihr Körper akklimatisiert und sollten Ihre Symptome verschwinden. Wenn Sie schwere Symptome oder Ihre Symptome immer schlimmer, steigen sofort um so viel Höhe wie möglich. Dies liegt daran, schwere Höhenkrankheit kann tödlich sein, wenn nicht schnell behandelt wird. Suchen Sie unmittelbare medizinische Hilfe, wenn Sie eine niedrige Höhe erreichen. Sauerstoff-Tildepos gleich Drunk Die Steigerung Ihrer Sauerstoffaufnahme mit künstlichem Sauerstoff oder tragbaren Druckkammern, auch als Gamow- oder Zertögtaschen genannt, können helfen, worübergehend einige der Symptome der Höhenkrankheit zu verbessern. Eine tragbare Druckkammer ist eine Tasche, die Sie in Reißverschluss sind, die dann voll Luft gepumpt. Nach ein bis zwei Stunden nach der Behandlung, sollten Sie Ihre Symptome deutlich verbessern. Die Wirkung der Behandlung entspricht absteigend etwa 2000 m, 6500 Fuß. Während jedoch die Sauerstoffbehandlung oder die Verwendung einer Druckkammer, die Symptome der Höhenkrankheit zu lindern, es ist kein Ersatz für auf einer niedrigeren Höhe absteigen. Sie sollten immer absteigen, wenn Sie an einer schweren oder Verschlechterung der Symptome haben, auch wenn Sie Sauerstoffbehandlung gehabt haben. Medikation Schmerzstillende Mittel Schmerzstillende Mittel, wie Paracetamol oder Ibuprofen, können leichte Kopfschmerzen durch Höhenkrankheit verursacht zu behandeln. Antikrankheitmedikamente Wenn Sie Übelkeit oder Erbrechen sind zu erleben, eine sogenannte Art von Medikamenten ein Antimethikum nützlich sein können. Promethazin ist ein Antimethikum-Medizin oft von Menschen mit Höhenkrankheit eingesetzt. Die Forschung hat gezeigt, dass die Schwere der Höhenkrankheitssymptome verringern kann und den Zustand zu verhindern. Höhenkrankheit kann das chemische Gleichgewicht des Blutes verändern. Es wird vermutet, dass Acetacillamid diese chemische Ungleichgewicht richtig hilft. In Großbritannien wird zur Behandlung oder Vorbeugung von Höhenkrankheit Acetacillamide nicht lizenziert. Es kann jedoch manchmal für Off-Label in Betracht gezogen werden, um die Höhenkrankheit bei Menschen mit einer Geschichte der Erkrankung zu verhindern. Lesen Sie mehr über nicht zugelassene Arzneimittel. Es gibt eine Reihe von gemeinsamen, aber nur geringfügigen Nebenwirkungen mit Acetacillamid verbunden sind, einschließlich Taubheit oder Kribbeln im Gesicht, Finger oder Zehen. Einige Leute finden diese sehr belastend, sodass Ärzte oft empfehlen, es zu Hause für zwei Tage versucht, sich vor der Reise, wenn sie wahrscheinlich ist, in der Höhe zu verwenden. Sie sollten Ihren Arzt informieren, wenn Sie eine Allergie gegen andere Arzneimittel haben, bevor Acetacillamide vorgeschrieben ist. Ihr Arzt wird auch Ihre medizinische Vorgeschichte überprüfen, um zu sehen, ob Acetacillamide für Sie geeignet ist. Nifedipin Nifedipin wird oft verwendet, um hohen Blutdruck, Hypertonie, zu behandeln, aber es kann auch bei der Behandlung großer Höhe Lungenödem nützlich sein. Siehe Komplikationen der Höhenkrankheit, für weitere Informationen. Dieses Medikament verringert die Verengung der Arterie, die Blut in die Lungen und hilft zu reduzieren Brustenge und Leichtigkeit Atmung versorgt. Es ist in der Regel als Tablette bei 6- bis 8-stündigen Intervallen entnommen. Nifedipin kann zu einem plötzlichen Abfall des Blutdrucks führen, so ist es wichtig, nicht zu schnell aus einer liegenden Aufstehen- oder Sitzposition, wenn sie es. Wie jeder, der bezeugen kann Tausende von Metern über dem Meeresspiegel gewagt hat, kann die Höhenkrankheit eine echte und unbequeme Zustand sein. Es packt einen solchen Schlag, in der Tat, dass die meisten Menschen, die Urlaub im Hochland mit Spitzen angegriffen werden Höhenkrankheit zu vermeiden. Vertrauen Sie mir! Auch wenn ich in Colorado das ganze Jahr übe und mein Körper leben, ist relativ akklimatisiert, erlebe ich immer eine Veränderung, wenn wir in die Berge gehen. Ich folge meinem eigenen Tipps mein Körper durch den physischen Schock von Sauerstoffmangel, Trockenheit und eine leistungsstarke Sonne zu erleichtern. Je höher man kommt, die Luft desto dünner. Erhalten Sie zu hoch zu schnell, und Ihr Körper nicht bekommen den Sauerstoff, die es braucht. Die meisten Menschen können 8000 Fuß ohne Erfahrung Höhenkrankheit erreichen. Aber die Krankheit kann als niedriger als 5000 Meter über dem Meeresspiegel schlagen. Häufige Symptome der Höhenkrankheit kann jeder unabhängig von ihrer Fitnesslevel schlagen. Sie beinhalten Kopfschmerzen, Schwindel, Appetitlosigkeit, Übelkeit erbrechen, Müdigkeit, Energieverlust, Schlaflosigkeit. Ohne weitere Umschweife, ich meine ausdauernde Tipps präsentieren Höhenkrankheit in den Bergen zu vermeiden. Hydrat Dies ist der beste Weg, um Ihren Körper zu großer Höhe einstellen zu helfen. Im Allgemeinen ist die geringe Luftfeuchtigkeit in der Höhe hält die Luft trocken, so sollten Sie doppelt so viel Wasser zu trinken, wie Sie es zu Hause. Beachten Sie außerdem, dass Sie Wasser, um Ihren Körper hinzufügen möchten, nicht erschöpfen Sie. Zumindest am Anfang, Koffein und Alkohol vermeiden. Wieder auffüllen Lebensmittelreich an Kalium sind für Akklimatisieren. Einige gute Heftklammern zu essen sind Brokkoli, Bananen, Avocado, Melone, Sellerie, Gemüse, Kleie, Schokolade, Müsli, Datteln, getrücknete Früchte, Kartoffeln und Tomaten. Tun Sie Ihrem Körper einen Gefallen und Salzaufnahme zu verringern. Außerdem sind komplexe Kohlenhydrate ideal für Ihren Blutzucker zu stabilisieren und Energie aufrecht zu erhalten. Essen Sie viel Vollkornprodukte, Nudeln, Obst und Gemüse. Immer sagte Sie haben eine epische Winterferien seit Monaten geplant. Aber dies ist das erste Mal, wenn Sie jederzeit über 6000 Fuß angemeldet haben. Sie werden die Auswirkungen von Bewegung mehr in der Höhe fühlen als zu Hause. Mit allen Mitteln, nachdem es. Aber wählen Sie die Anstrengung zurück, wenn Sie kurzatmig sind, wund, oder konsequent ermüdet. Schatten selbst Der große Himmelland der Berge ist keine Einbildung. Es gibt weniger Wasserdampf in der Luft hier, die die Farbe des Himmels blauer als der Himmel zu Hause macht. Das ist schön. Es bedeutet auch, gibt es 25% weniger Schutz vor der Sonne. Wenn Sie aufschäumen nicht mit Sonnenschutz einer geeigneten Menge anzuwenden ist ein Schussglas im Wert von jeweils Zeit Sie verbrennen. Dies gilt unabhängig von Ihrem Teint. Arztaufträge Wenn Sie besorgt über die Höhenkrankheit sind, besuchen Sie Ihren Arzt vor Ihrer Reise. Sie kann über häufige Symptome gehen und kann sogar Acetazolamide empfehlen, die auch als Diamox bekannt, ist die häufigste Droge für Höhenkrankheit Prävention und Behandlung. Nicht-Normativ-Antidote für die Symptome der Höhenkrankheit gehören auch Ibuprofen höhere indizierten Kopfschmerzen zu lindern, und Ingwer-Kaut, Kapseln oder Tee den Magen zu beruhigen. Akklimatisieren Dies ist nicht nur eine technische Klettererbegriff Bergwerfen um cool zu klingen. In den höheren Lagen einstellen kann ein paar Tage dauern. Wenn Sie die Zeit haben, sollten Sie eine Nacht oder zwei Ausgaben auf eine Zwischenhöhe sagen, eine Nacht oder zwei in Denver verbringen, bevor nach Wählüberschrift oben. Wenn das nicht möglich ist, planen ruhigere Aktivitäten, um die ersten 24 bis 48 Stunden nach Ihrer Reise. Bereiten Die Tage könnte warm sein, aber wenn das große Feuerball geht in den Himmel, sind bergnächtig kalt. Bereiten Sie Ihren Körper für diese Jekyll-High-Temperaturwechsel, indem zusätzliche Schichten in den Abendstunden. Hilfe suchen Egal, ob Ihre Symptome durchweg leicht unangenehm sind oder Sie sind akut, Höhenkrankheit ist real und kann lähmend sein. Wenn versucht zu lindern Sie nicht funktionieren, Kopf zur nächsten medizinischen Klinik. Sie werden von erfahrenen medizinischen Fachleuten besetzt, die die Auswirkungen der Höhe auf den Körper zu verstehen und helfen.